Jo Leute, bevor das Video stellt, möchte ich nur ganz kurz auf meinen MP1S Goken Call geben, wo ihr Hinweis, dass gerade zur Zeit läuft, alles was ihr machen müsst ist, abonnet es dann in dieses Video, liken und unter dieses Video einen Kommentar zu schreiben und eure Likeplayers auf öffentlich zu stellen und jetzt noch viel viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen hier zum neuen CSGO Matchmaking und gibt es da aber mal ein bisschen anderes Matchmaking, nämlich gibt es heute mal ein Solo Queue von mir auf meinem Smurf bzw. 2 Account und ja, der Grund dafür ist, dass mich in letzter Zeit sehr viele Leute in den Kommentaren fragen, ob sie mal mit mir zusammen spielen können oder ob wir mal ein Subgame machen können oder irgend sowas und ja, ich habe sowas in der Planung, also in der nächsten Zeit wird es auf jeden Fall mal ein Subgame geben, das wird dann auch in meiner Steam Gruppe angekündigt und da werde ich dann auch die Spiele aus meiner Steam Gruppe machen. Also wenn ihr noch nicht gejoinnt seid, könnt ihr auf jeden Fall joinen und ja, ich habe dann, da es wahrscheinlich zu Problemen kommt, wenn ich dann eben mit meinem Main Spiel, der jetzt der DMG LA ist, wenn dann vielleicht Novas, Gold Novas oder vielleicht sogar Silvers mitspielen, ich habe nichts gegen den Rang, aber es ist dann für diese Leute eben relativ unfair, wenn sie dann in ein noch höheres Game reingezogen werden, was vielleicht nicht ihrem Niveau entspricht und ja, dann eben ein extrem schlechtes Game haben. Und darum habe ich mir gedacht, ich hole mir jetzt hier meinen zweiten Account mit Smurf wieder raus, den ich wirklich jetzt hier seit einer halben Ewigkeit nicht mehr benutzt habe und ja, rank den mal ein bisschen hoch, vielleicht so auf Nova, vielleicht auf Master Guardian, sowas in dem Niveau, sodass ich mit eben Subscribern um einiges leichter spielen kann, zum Beispiel auch wenn wir eben dann zu viert sind, dass wir dann auf jeden Fall ein Lobby machen können. Wenn die Ranks ja zu weit auseinander sind, dann geht es ja nicht mehr nach den neuesten Updates und ja, darum habe ich mir einfach mal gedacht, komm, ich mache jetzt hier mal zwei Smurf Games und schaue mal, wo ich eingerankt werde, weil früher war mein Smurf so ungefähr Gold Nova Meister, Master Guardian, sowas in dem Dreh rum. Wie gesagt, ich habe jetzt seit zwei, drei Monaten überhaupt gar nicht mehr auf dem Smurf gespielt und jetzt schaue ich mal, wo ich eingerankt werde und ja, vielleicht sehen wir uns dann bald nach einem Subscriber Game. Viel, viel, viel Spaß jetzt mit dem Video. Das ist nicht verständlich im Non-Prime. Gucken, ob wir die 16-0 wegmachen können. Aber so ein Smurf-Game zum Aufwärmen ist echt cool, aber ja, wie gesagt, ich will jetzt, mein Ziel wäre es sogar wirklich, meinen Smurf höher zu bringen wie meinen Man. Ich glaube nur nicht, dass sie das so einfach hinbekommen. Vor allem im Solo-Q. Weiß nicht, ob das... Die machen ja wirklich jede Runde das Gleiche. Einer pusht wieder. Lang Wettler. Minus 61 Tunnel. A-Tunnel? Ah, okay, A-Tunnel. Was ist A-Tunnel? What the fuck? Was ist denn? Das ist nicht A-Tunnel. Der meint wahrscheinlich Door-Log. Okay. Ja, das macht schon mehr Sinn, aber... What the fuck? So, wir triggern jetzt hier auch nicht irgendeine Mates, indem wir den Hitschitz verteilen. Natürlich. Gucken, braucht irgendjemanden Drop. Nope. Keine Brau'n Drop. Hier, Bro, willst du die? Ich habe ja die überkrassen Skins hier eine Acker-Elite-Wild. Ich glaube, ja, ich habe hier nur Skins, wo ich auf der Main nicht brauche. Da ist der Bot. Holy shit! Äh, one more B. One more B. Ich finde, ich finde, geil wie der Sprayt. Ich finde es richtig geil wie der Sprayt. Ich will nichts sagen! Was ist denn? Das ist einer P... Gott! Zünd dich nicht selber an! Dann töte ich dich nur selber, so wie der Minder-Nation geht. Nice. Er schreibt GG. Ist das so das typische Prime-Match? So casual? Äh, das typische Non-Prime-Match? Na gut, 12, 2, 3, na gut. Das ist so... Eigentlich ist das Smurf nichts Gutes, aber ich muss halt meinen... den Account hier auf ein gewisses... Niveau bringen. Ich bin auch mal gespannt, für was ich eingerankt werde. Wie gesagt, ich wollte immer wieder, dass der Account überhaupt meinen Rank bekommt. Oh, fuck it. Weil das wird ja auch der... Das wird ja auch der Account sein, den ich für... Äh... Wow! Das ist sick. Das wird ja auch der Account sein, den ich für... Sub-Games, wenn ich sofort benutzen werde. So, komm. Er ist klatsch, okay? Hm. Hm. Gut, gut, time. Wo ist das denn? Okay. Okay Wie lange wollen wir das Spiel spielen, mein Freund So, ganz Not a plant Ich werde jetzt gleich Windmower gehen und werde einen typen peeken Saft vor Wie gesagt, ich will den eben Nach oben spielen Dass ich den für Subgames benutzen kann Weil Wenn dann irgendwie Keine Ahnung Im Subgame dann Nichts gegen Lower Ranks, aber Es ist halt blöd, wenn man Einen Silber Dann zum Beispiel in ein LE-Match zieht Aufgrund des Match-Making Und der dann einfach überhaupt gar keinen Spaß im Subgame hat Kommt eben drauf an, ja Ich werde dann zum Beispiel die Subscriber Auflosen Auflösen Und dementsprechend werde ich dann auch Wo Dementsprechend werde ich dann auch Ähm Okay Der Push Wait Dementsprechend werde ich dann auch Aufgrund wass und mieć Aufgrund was die Ranks sie haben Mein Main Sebastian oder mein幅 Swerter durch Oh wow 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 Das war low das war low das war low I am both coming short Okay, der Typ muss jetzt hier uns der 16-0 retten, ich hab keine gefroht des Todes Oh, nice! Ja, nice Der Typ hat sogar einen Knife, nice Das ist aber auch nicht schön Oh, die kriegen noch beide in den Rang Okay Oh, Silver 4 Nice Silver 4, Mates Was? Als ob ich Silver 4 werde The fuck? Okay Interessant Was war ich damals? Ich war damals, glaub ich, Gold Nova Meister? Weil ich bin Silver Okay, ich hab wohl die Zeit nach einem Ewigkeit nicht mehr gespielt, ne? Nice Silver 4 Kann man richtig schönes Silver Games draus machen Wow Hätte ich nicht gedacht So, ja Silver Game Nummer 2 Hallo Hallo Team Who can speak German? I can speak German Oh, fuck you now Okay, der Typ ist nicht Deutsch Ja, ganz ruhig Fah- Wie funktioniert das Mikrofon? Mein Hotkey geht nicht mehr Thanks Thanks To my team You are the best Thanks Okay Eigentlich Ich guck jetzt nur ganz kurz wie ich meinen Begriff von verwende, weil ich wollte eigentlich jetzt gerade meinen Hotkey einschneiden Und doch Geht's jetzt? Nein, es geht nicht Plan, plan, plan Warum kann ich denn nicht meinen Hotkey? The fuck? Ich kann jetzt halt meinem Team nicht mitpeilen, dass einer Pad ist Was ist das? Ist das irgendwie suckt? Oh Gott Okay Wie kriegen wir das jetzt irgendwie noch hin? Das ist der Turnmaus Warum geht das nicht? Wir machen WK Okay, das geht Diese Englisch-Skills Okay Kaka 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 Psst The fuck? One apartment Nein, das ist einfach Ich glaube, das ist einfach über den Das ist einfach underground, okay Das ist einfach über den Der 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 Aber Der 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 otras Der So Der Ich hab auch FPS. Ich hab auch FPS. Ich glaub das gehört noch witzig fern. Ops. Oh Gott, oh Gott, der LE Spray. Eigentlich spiel ich ja grad zur Zeit DMG. Ich hab ein Downer gear bekommen. Dank meine tollen Mates. Also... Ich weiß gar nicht, warum sag ich an Downer, dass er mein Mainer LE ist. Ich bin eigentlich schon seit einer Woche DMG. Fuck. Nice! 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 Nein, nein, wir rollen nicht rein. Ich bin 5 Jahre alt. Ich bin 5 Jahre alt. Ich weiß, dass er Typ Deutsch ist, aber ich... Palace ist mein Leben. Palace ist mein Haus. Das ist doch nicht was er redet. Das ist mein Haus, lass mich gehen. Ich bin der König. Das ist mein Haus. Ich bin der König. Guck mal, kurz. Ich f Sahle. Ich bin der König. def-lauer. Ich bin der König. Ich bin der König. Von der König. Wie lange haben wir den König. Oh nevermind. Papu Bernhard ich sag nichts um 1 40 das ist auch deutsches Appmann oder Warten Anwälte die Metzwerden sonst wird man hört die deutsche Akzent ein so einfach aus also wenn jemand englisch redet er hat das wirklich so extrem einfach aus der deutsche richtig 40 jetzt versucht er seinen Akzent zu ver...decken das aber trotzdem immer so ein bisschen raus das ist immer deutsches oder nicht schön schön oh shit nice knife bro i love it okay okay sowieso was auch nicht ich hab auch noch keinen Hacker gesehen obwohl es jetzt schon mein zweites Game ist also ohne Witz mich haben Leute zum teile richtig verrückt gemacht mit diesem Non-Prime also wir haben manche Leute erzählt was die alles erleben mit den neuen Prime Matches ich will nicht ich will nicht ich will nicht das ist das ist das ich habe das ist es geht ab also was er redet weiß ich halt immer nicht was seine sprache das sein soll also deutsch oder österreicher also ja blau ist auch deutsch lila hat einfach das komplette einfach nur nicht eins wird gesagt der typ redet auch immer irgendwann über das zeugs interessant das war mal mit sorry Nice Awesome shit, just go poop Do you like my AK? Mhm, he is over there It's so low, it's so low, I remember Nice try Oh, it's so low, it's so low It's so low I don't know I will tell you what I better would have done What I better would have done I would have to have one spray I would have to have one spray I would have to have one spray I would have better controlled I would have won the round That's not damage That's not damage That's not damage, that's not bad for me One has even Two Both down Oh, that was low One up The dead comes from above The dead comes from above Don't run when you shoot, man Ah, we can kill Let's go, let's go Green Green Green, come aim Green, you got a bomb Green, you got a bomb Also Whilst we are going to find the bomb These guys are going to kill the bomb when they die If die dies Three people don't have anything Look Hey, what's the love gemacht was macht der ach du scheiße kent und sieben verspürt es ist es so ist frisch aus so dass es sich ein ziel und in australien liegt glaube ich das stammt I like your aim With avp I love you You are my best friend And you like Ghost Recon and I like Ghost Recon too I don't like it, I have no idea Gaka Do you like poop in your mouth? How old are you? Do you like poop in your mouth? Nice Thank you I want to know how old are you? I don't know I don't know Is that the community in CS? Why Also Ich habe Vor 2-3 Tagen mal ein Game gehabt auf Overpass Und da habe ich auch genauso gegen so Mails gespielt Einfach absolute Scheiße im Chat immer geschrieben haben Weil Keine Ahnung Was? Nur mit Kindern Ja Der hat mal das auch verfehlen Ja Schlafwandelnden Kotbäume jetzt wacht mal auf Könnte Deutsch Na leider Kurt, du kannst Deutsch Digga, du bist der allergeilste Mit der AWP Wurst zu bist Danke Danke Okay, Bombe ist geplant Wenn alle kurz mit der AWP lachen Was solls Werft da mal was rein Ja Ich denke mal das der Typ selben gibt Nice Eigentlich ich will das gar nicht Ich will das jetzt ernst gar nicht Ich will nicht die jetzt hier hochziehen Weil es ist eigentlich ungefähr für die 5 Leute Weil Der Typ fragt noch einigermaßen Aber Hast du Ghost Recon? Nee Okay Okay und wie sollst du dann Ghost Recon Weil ich haben Profil und ich habe Ich habe BW gebraucht Und du hast geilen Ich habe so nie gespielt Musstermachen Das war mal richtig geil Du kannst einfachондig Da bin ich mal 68 Da bin ich noch 68 Leben weil ich mein Eigenwürster fremde Gigi Und das ist das Bild von Ghost Shrek? Äh, das ist jetzt ernst gemeint die Story, dass ich einfach ein Profilbild gebraucht habe. Oder weil ich ein Profilbild haben wollte, ich wollte ihn mit dem Schwarzbruch in der Gegend rumlaufen. Dann hab ich mir gedacht, okay, dann holst du jetzt ein Profilbild. Wo ist der denn? Ist der Junger? Fuck! Oh, da ist er! Oh, der hat ein Ding. Nein! I like big dicks. Ach, komm Leute. Oh, der ist einer fünf Jahre alt. How old are you little guy? Wie alt bist du? Ich werde demnächst 14 am 26. Ah, okay. CS ist ab 16, ne? Ja. Gleich bin ich schon über 16. Man hört's. Ja, das hat ja was für den Körper dazu tun, wie hoch oder tief die Stimme ist. Ich meine... 1 bis 3 bis 2 lass mich in Ruhe. Ich bin krass. Und ich bin krass. Und ich bin krass. Was komm! Was komm! Du, Juli, okay, please! Digga, der Typ ist 5 und irgendwie wohnt auf Hawaii in der Insel mit 5K-Leitung. Alles klar. Alles klar. Da war jetzt überhaupt ein Ghetto. Und da wurde er bestimmt. Oh, schattet das Hallo. 1 Jungle mit 50 HP. 1 Jungle mit 50 HP. 1 Jungle mit 50 HP. Okay, lass dann. Oh, du Scheiße. Leckt der Typ? Ah, okay, der Typ leckt. Okay, ich dachte gerade. Was ist er gerade? Hm. Genau. Nice. How old are you, little guy? Nice. Böse koche. Hm? Er hat die Bombe, er geht A, wir wissen alle A. Mich hat... Das kommt letztendlich... Keiner mich... Keiner hat mich Mitte gepickt. Das ist komisch. Also, ernst gemeint. Schadam. Gucken. Was sind die Gegner denn immer als ernst gemeint, man? What the fuck? Hä? Warum die zwei... Wo ist er? Wo ist er? Ja, wir sind beide Palace reingepuscht. Interessant. 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 Nichts. 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 Also... Wenn ich zum vierten Mal von Connector halt geholt wäre, ist halt einfach logisch. Dann würde ich halt mal anfangen Connector zu decken als Team. Einfach mal mit der Logik her. Komplett bitte. Green. Ah. Okay. Also... Hm? Ne? 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 Wenn... Wenn ich merke, dass... das Gegner Team immer mit der Control bekommt und dann über Connector oder schaut halt oben... das Game eröffnet... Hm? Dann ist da halt was falsch. One dig only, ähm, auf wieviel DPI spielst du? Also mit wieviel DPI? Keine Ahnung. Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Geil. Purple, what are you doing? Ich krieg dafür halt ernst auf. Ich wär wirklich kein Overwatch bei oder so. Weil... Wenn ich ein Overwatch hab, äh, weiß ich, ich... Ich hör gleich auf. Oh, bro. Okay, kein Refrag. Okay. Ich würd irgendwas sagen. Ich hab's glaub ich schon wieder vergessen. Ah, ist halt auch. Ähm... Irgendwas soll ich mir grad sagen? Also, nehm, ja. Ähm... Wenn... Ich werde extrem oft so in den Kommentaren so gefragt, Jo, welche Haumassfähigkeitsspielst du? Äh, DPI und so'n Scheiße. Keine Ahnung. Also, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Jetzt wird gerammelt, Leute. Also... Äh, so die... Mausempfindlichkeit an sich... Stell ich auch manchmal hin und her. Ähm... Oder... Nicht immer, aber... Ich hab schon öfters die hin und her gestellt. Weil... Keine Ahnung. Ich fühl's... Das fühl's einfach manchmal manchmal. Aber manchmal... Äh... Dexter, ja. Irgendwas passt gerade nicht oder so. Dann muss man sie... Hab's ja auch umgestellt. Daumen. Keine Ahnung. Ich würd irgendwas sagen. Ich hab's noch wieder vergessen. Ich würd irgendwas wichtiges noch sagen neben dem. Das ist doch gar nicht was. Was? Eine Mitte? Oh. 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 Das hab ich einfach nicht da umgekommen. Oh. 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 Guck mal, ob ich da nachher einen Uprank bekomme, das war ja echt cool. Jetzt haben wir bekommen, eine neue Erungenschaft diese Runde. 2000 Ex-Battle, interessant. Wollen wir tryharden? Jungs, auf geht's. Wir wollen den Uprank haben. Guck, wer würde endlich gehen? Ja, ha ha. Ach, ich tut das so leid. Vor allem der eine Typ, der hat halt eine große Schnauze, aber halt nichts dahinter hat. Man, 8 0 8, what the fuck? 16 Runden, 8 0 8 lässt sich carry'n, aber multet den alten Typen an. Ist halt auch nicht normal, äh, das ist auch nicht fair, Bro. Okay, das ist so low von dir. Was? Ach so, ja, okay. Äh, der letzte. Der letzte. Der letzte. Der letzte. 20 HP. Oh, das ist ein Schnauze. Schön. Willkommen, City oder Jungle. Okay, der Typ leckt. Ich kann sogar verstehen, dass er vielleicht ein bisschen... Oh, shit, der Typ leckt richtig hart. Was war Vater? M4. Geil. Der nastyweise. Ich hab das selbst. Der Kurskopf. Pff, der eine zieht halt auch halt, er hört auch wieder sein. Haha, Tupuscoe. No Tupuscoe. Fertig. Cut a cubby bar. Ich dachte, eventuell könnte es B sein. Oder was? Hä? No, ich hab's gerade gar nicht geschafft, dass da noch ein und ein und ein und ein. Okay, das ist ja noch. Hä? Das ist verlautend. Das ist verlautend. Genau. Kriegen wir die 100 Punkte noch? Ah, ne, jetzt geht's. Hm, wir müssen MVP, dann haben wir 86. Oh, es wird schwer. Wir müssen Bombe planten, MVP, Kills, müsste ich wahrscheinlich auch alle bekommen. Loll. Na gut, was ist das? Bis jetzt vielleicht die Runde verlieren und dann... Das ist nicht, das ist nicht wert. Wo sind die T-Apps? Okay. GG. Kein Up-Rank? Oh, P-950 Cent. Oh, nice. Juhu. Ein Tech-9-Skin. Wollte ich dann immer mal... Ah, das... Also, ich muss dazu schon sagen, dass es schon berechtigt ist, hier halt Cheat-Turns aus rein zu callen, weil... Wenn ich einen Overwatch hätte und nach 36... ...nach 86... ...nach 86... ...nach 86 Kills hat... Ja... Das ist jetzt schon ein bisschen obvious. Würde ich jetzt mal meinen, einfach. Boah. Nice. Also, das war's für diesen... Smurf-Rank-Up-Game, was auch immer. Ich hab für die Seelen noch keinen richtigen Namen. Vielleicht hat's, wenn das Video hochkommt, einen richtigen Namen. Das war's für die Video, wenn es dir gefallen hat. Lass uns auf die Bewertung da bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau.